Irgendwie scheinen die Männer schon manchmal ganz komische Vorstellungen davon zu haben, was Frauen gefällt. Und eines dieser Phänomene sind sogenannte Dickpics, also Fotos vom Allerliebsten, die man macht und dann an Frauen schickt. Egal, ob die Frauen dieses Foto jetzt sehen wollen oder nicht. Aber diese Dickpics sind nicht nur ein Ärgernis, sondern können richtig teuer werden. Ich habe mal ein Urteil rausgesucht, was das Amtsgericht Rostock im Juli 2018 gesprochen hat. Da hat ein Mann einer Frau so ein Dickpick über Facebook ungefragt zugeschickt und er ist sage und schreibe zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen verurteilt worden. 30 Tagessätze, das ist mehr als ein Monatsgehalt, etwa anderthalb Monatsgehälter. Jetzt kann jeder von euch sich ausrechnen, was er verdient und anderthalb Monatsgehälter davon mussten als Strafe gezahlt werden. Und die Berufung, die dagegen eingelegt worden ist, ist zurückgewiesen worden. Ihr seht also Dickpics oder sogenannte Nudes, das sind also Bilder von Nackten. Die sind alles andere als harmlos und werden hart bestraft. In welchen Fällen euch welche Strafe droht und wo die Grenzen sind, das sage ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger & Solmecke. Und falls euch juristische Themen interessieren, lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da. Jetzt könnte man denken, ich als Medienrechtsanwalt hätte mit solchen Sachverhalten noch nie was zu tun gehabt, weil es selten ist. Aber mit nicht. Und tatsächlich kommt es immer häufiger vor, dass wir Mandanten vertreten, deren Nacktfotos irgendwo im Internet oder bei WhatsApp rumschwirren. Jetzt fragt man sich, wie kann es denn zu diesen Nacktfotos gekommen sein? In häufigsten Fällen ist es so, dass ein Pärchen diese Bilder macht, solange sie sich noch lieben und zusammen sind. Und dann aus Rache ein Ex diese Bilder weiter teilt, nachdem die Sache dann in die Brüche gegangen ist. Naja, und manchmal sind diese Bilder auch heimlich angefertigt worden. Dann hat man sich der eine, die andere oder den anderen heimlich beim Sex gefilmt und lädt das Ganze dann auf die einschlägigen Pornoplattformen hoch. Was weitaus häufigste ist, dass sogenannte Nudes, also Nacktfotos oder Dickpics, einfach verschickt werden an manchmal Unbekannte. Und dann ist das eine Sache auch für die Strafverfolgungsbehörden. Denn was wir hier haben, ist eine Verbreitung pornografischer Schriften. Und die darf man nicht so eines ohne weiteres verbreiten, ohne dass jemand das möchte. Also wenn jemand sagt, ich will das Foto haben und habe es mitgeteilt, okay, mit Einverständnis des Empfängers. An Volljährige geht das. Beim Minderjährigen geht es nie. Also an Minderjährige dürft ihr die nie verbreiten. Also zwei Sachen müsst ihr euch merken. Niemals an Minderjährige und an Volljährige, nur wenn die das haben wollen. Und die Frage ist natürlich immer, okay, pornografische Schriften, wann ist denn die Grenze überschritten zur erotischen Aktfotografie? Also Verbreitung pornografischer Schriften ist nur dann erfüllt, wenn wir keine erotische Aktfotografie haben. Ja, eine pornografische Schrift, dazu sollen auch Bilder zählen. Also es ist nicht nur Schriften, die eventuell der Wortlaut des Gesetzes hier euch in den Mund legt. Nein, es ist tatsächlich auch so, dass Bilder natürlich auch dazu zählen. Und es geht darum, dass diese Fotografen, bei den Fotografen eine sexuelle Intention vorliegt. Das Bild also auf ein lüsternes Interesse beim Betrachter stößt und ihn erregen soll. Ja, also praktisch gilt das für alle Fotos von Genitalien oder von sexuellen Handlungen. Reine oben ohne Bilder, wo einfache Nacktheit oder schlichte erotische Darstellungen dargestellt werden, sind eben keine pornografischen Schriften. Aber ihr seht schon, das kann durchaus schwierig sein. Erregen tun den einen oder anderen nackten Brüsten vielleicht mehr als eine groß abgebildete Vagina. Ja, also insofern könnte man das auch schon unter pornografische Schriften sortieren, wenn jemand oben ohne zu sehen ist. Wichtig allerdings nochmal, dass diese Schriften auf keinen Fall auch volljährigen zugesandt werden dürfen, solange die nicht damit einverstanden sind. Schauen wir uns mal an, was für eine Strafe droht. Verbreitung pornografischer Schriften, 184 Strafgesetzbuch, bis zu ein Jahr Freiheitsstrafe oder Geldstrafe. Und die Geldstrafe wird häufig verhängt. Ihr habt es gerade gesehen, Amtsgericht Rostock hat eben 30 Tagessätze verhängt. Es hätte aber auch schlimmer kommen können. Es hätten über 90 Tagessätze sein können. Was bedeutet das? Erstmal bedeutet das viel Geld. Dann müsst ihr nämlich, ja, das, was ihr 90 Tage verdient, müsst ihr abgeben. Und das führt dazu, dass ihr einen Eintrag ins polizeiliche Führungszeugnis bekommt. Gerade Personen, die in der Jugendarbeit sind oder Beamte, haben dann ein Problem. Die könnten noch ein Disziplinarverfahren hinten dran bekommen. Also auch da wiederum, je nachdem wie schlimm die Strafe ausfällt, kann das Konsequenzen haben. Das Gleiche, muss ich euch leider sagen, gilt auch für das Weiterleiten von solchen Nacktbildnern. Also schickt euch jemanden im WhatsApp zu mit nackten Menschen drin, dürft ihr es nicht weiterleiten. Auch das wäre ein Verbreiten pornografischer Schriften. Und wenn es Leute sind, die gar nicht fotografiert werden sollten, kommt es noch dicker. Dann ist es auch noch eine Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen. Paragraf 201 Strafgesetzbuch. Da stehen sogar bis zu zwei Jahre Knast drauf. Dass das Ganze auch noch eine Beleidigung sein kann, brauche ich hier nicht weiter erwähnen. Jetzt fragt sich der eine oder andere, was ist denn mit Unterwäschefotos, wenn ich da jemanden sexy oder aufreizend zeige. Das dürfte in der Regel keine pornografische Schrift sein. Wenn die Person damit einverstanden ist, dass die Bilder angefertigt worden sind und verschickt worden sind, ist das erst einmal keine Problematik. Wie schützt man sich vor solchen Fotos? Naja, schwierig. Also ich kann mich ja nicht dafür schützen, dass mir irgendjemand was zuschickt. Ja, ich könnte höchstens Leute, die das immer wieder machen, könnte ich blockieren. Und ich könnte den strafrechtlichen Weg einschreiten. Das heißt, ich könnte Strafanzeige erstatten und dann müsste die Polizei entsprechend tätig werden. Vorher bitte Screenshots erstellen, Chatverläufe abspeichern, sodass man auch genügend Beweise hat. Das Erste, was man machen kann, ist, dass man zur Staatsanwaltschaft geht und Strafanzeige erstattet. Und diese Staatsanwaltschaft wird dann tätig und kann auch anonyme Personen zurückverfolgen. Also auch da wieder, es geht ja nicht nur über WhatsApp, sondern Instagram und Co. werden diese Bilder ja auch verschickt. Jetzt beim Amtsgericht Rostock war es ja Facebook. Also auch da wiederum ist eine Rückverfolgung möglich. Auch da kann ich nur sagen, bitte geht zur Staatsanwaltschaft oder meinetwegen, wenn es euch peinlich ist, erstattet Anzeige anonym über das Internet. Wird allerdings schwierig, weil der Bezug des Bildes seid ja immer ihr, wenn man da jemanden ermitteln will. So richtig anonym wird das nicht funktionieren. Aber traut euch da ruhig raus, damit die Person das eben nicht weitermacht. Es ist eine Straftat und die Straftat wird sogar recht hart geahndet. Man muss da auch gar keine Angst haben. Man kann auch alleine zur Polizei, man soll es nur ganz klar schildern, was ist da passiert. Die Sachlage lässt sich ja sogar sehr gut dokumentieren. Man hat ja die Beweise, die Trottel, die das machen, die raffen ja gar nicht, wie gut sie zurückverfolgbar sind. Und dass sie eben nicht anonym sind im Netz, nicht anonym sind schon gar nicht bei WhatsApp, so dass man da gar nicht so viel Zeit braucht, als dass da eine Rückverfolgung möglich ist. Wer ganz aufs Nummer sicher gehen will, nimmt sich natürlich einen Anwalt. Der kann noch ein bisschen was oben drauf tun. Der macht eine Strafanzeige, so wie sie sein soll, damit auch wirklich die Strafverfolgung optimal eingeleitet wird. Ist nicht zwingend erforderlich, aber wem die Sache hier wirklich wichtig ist und wer auch vielleicht durch sowas gestalkt wird, also Stalking-Paragraf gibt es natürlich auch noch, der braucht einen Anwalt, um das schnellstmöglich abzudrehen. Ja, also diejenigen, die mal belästigt worden sind auf diese Art und Weise, die wissen jetzt hoffentlich Bescheid. Und wir danken das mit einem Abo. Und diejenigen, die sowas verschicken, wissen auch Bescheid. Und wissen, was ihnen droht, wenn sie denn da erwischt werden. Und erwischt werden tatsächlich viele. Euch danke fürs Zuschauen. Hier noch zwei Videos, die euch interessieren könnten. Wer da keinen Bock mehr drauf hat, der hat sowieso ein Abo dagelassen und sieht uns dann morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.